Ich bin die Siegler Laura. Ich habe im Mai 2018 begonnen. Ich bin hauptsächlich bei KASA, ab und zu auch in der Information am Eisgrad und im Sommer habe ich auch die Ehre, dass ich ein bisschen bei den Revisionsarbeiten mitarbeiten darf. Es ist halt sehr vielfältig, weil man hat mit so vielen Nationalitäten zu tun, mit so vielen Menschen und ja, das macht es eigentlich aufregend und spannend und es wird nicht langweilig.